Also ich habe im Internet eine ganz neue Therapie gegen Prostatakrebs gefunden. Die soll Wunder wirken. Ja genau, Herr Doktor. Und erfunden hat das ganze der Prinz von Zamunda und dafür gibt es dann auch noch obendrein eine Million in Bitcoins. Leider ist das aber nicht so, oder? Stimmt. Sogenannte alternative Therapien aus dem Internet halten oft nicht das, was sie versprechen. Sie kosten viel Nerven und viel Zeit. Zeit, die dann fehlt, wenn man sie ganz dringend braucht. Stimmt leider. Also alle Infos dazu finden Sie auf loosetie.at und meine Herren, bitte ab 45 regelmäßig zur Vorsorge gehen.